Danke und viel Spaß beim nächsten Vortrag von dem Erich. Danke dir Andreas und jetzt suchen wir mal, wo ist denn unser Herr Hambach, der Erich. Erich ist schon da, dann hol ich mir noch das zweite Mikrofon. Dann nehmen wir auch das Buch mal mit vor, das sollte man ja auch den Leuten ruhig präsentieren. Da habe ich dein Mikrofon, das müssen wir noch freischalten. Eins, zwei, ja passt. Genau. Ja, der Frieden, der Erich. Der Frieden in uns und im Außen, ja. Ja, ich sage immer, der Friede, eigentlich ist es auch Ruhe, die wir eigentlich benötigen, den Menschen. Auch die Ruhe. Frieden ist ja auch irgendwo eine gewisse Ruhe und das heißt ja, dass wir nicht in Gewalt übergehen. Und darum geht es ja eigentlich. Und du hast den Weg des Friedens und du hast uns einiges heute zu erzählen. Du bist ein Initiator und Buchautor, Musikmacher, so wie ich sehe, CD zumindest. Ja, ich gebe euch da einfach mal das Wort. So, und jetzt übergebe ich. Bist du soweit. Ich freue mich. Ich bin schon langsam bei dir. Haha, ich freue mich. Also viel Spaß. Danke dir, Klaus. Ja. Die Technik ist auch soweit. Ich bin schon etwas länger soweit. Und freue mich einfach, heute auch die Gelegenheit zu bekommen, über zwei Themen mit euch zu sprechen, nachdem, glaube ich, ein Referent abgesagt hat und ein anderer erkrankt ist. Und habe euch das Thema mitgebracht, einmal zum Thema Bargeld, Finanzsystem. Da habt ihr ja die letzten beiden Tage schon einiges gehört oder ich hätte fast gesagt, über euch ergehen lassen. Und möchte auch dennoch nochmal über dieses Thema mit euch sprechen, vor allen Dingen aber eher aus einem anderen Blickwinkel heraus, auch eher etwas lösungsorientierter, vielleicht an die Thematik herangehen und nicht so viel in dem Sinne noch mehr die Probleme vertiefen, weil da wissen wir, glaube ich, auch schon eine Menge. Ich habe zu dem Thema auch ein Buch veröffentlicht im letzten Jahr, Bargeld ade. Ich glaube, das heilt ein bisschen. Scheiden tut weh. Das liegt auch da vorne bei der Technik am Tisch. Für 19,80 Euro ist auch zu erwerben. Und starten werden wir jetzt aber mit dem Thema, kurzer Rückblick zum Friedensweg, zur großen Friedensbewegung, die im Mai diesen Jahres stattgefunden hat, die jetzt aber nicht vorbei ist, sondern die eher auch erst so richtig losgeht. Ja, und eins der Dinge, die zum Thema Frieden vom Himmel gefallen sind, das ist eine CD zum Friedensweg, die produziert wurde im Frühjahr diesen Jahres. Und da ist folgende Geschichte einfach passiert. Also an das hätten wir eigentlich so nie gedacht. Aber nachdem wir den Friedensweg öffentlich gemacht haben, haben verschiedene Künstler sich gemeldet und zum Teil auch sehr, sehr Bekannte, wie Lex van Sommeren, der in der alternativen Musikszene so auf dem Niveau von Deva Bremerl und Mieten etwa unterwegs ist, also in der Szene ein echter Weltstar, der hat einfach angerufen, hier ist der Lex, was kann ich tun? Das habe ich dann erst mal gar nicht so wirklich verstanden. Und so ging es dann eigentlich immer weiter, dass dieser Ansatz eben für den Frieden etwas zu tun und eben nicht eine Bewegung wieder gegen Atomkrieg und gegen Umweltverschmutzung, also eine Bewegung zu starten, die für etwas ist, hat einfach auch bei Künstlern eine ganz große Resonanz ausgelöst. Und wir haben dann das große Glück gehabt, auch mit dem Norbert Daum einen Musikproduzenten zu gewinnen für die Produktion dieser CD. Das ist der erfolgreichste Musikproduzent in Deutschland, den es gibt. Der hat also 15 goldene LPs zu Hause rumhängen und noch ein paar mehr. Der hat es also mit Enigma, Ralf Siegel, Peter Maffay und ich weiß nicht, mit wem eben noch auch gearbeitet, seit über 30 Jahren. Und der hat die CD produziert und gemastert, einfach so. Also den hat einfach das Projekt begeistert, die Idee begeistert und eben auch die Musik. Also klanglich wird berichtet, ist es durchaus in der obersten Liga anzusiedeln und auch die Inhalte der Friedenslieder, die eben auf dieser CD 14 Stück sind, insgesamt zu finden sind, berühren eben auch sehr stark mit der Botschaft. Die kostet heute als Art Messepreis 20 Euro pro Stück, sind 14 sehr, sehr schöne Lieder drauf. Also wer will, kann sich hinten eine wegnehmen, da steht eine Box 20 Euro rein, dann sind wir auch hinterher, Freunde im Frieden, wenn dieser Ausgleich stattfindet und wünsche euch da schon mal sehr viel Spaß mit dieser wunderbaren CD. Ja, zum Thema Frieden gibt es ja mehrere Aspekte insgesamt und natürlich sehen wir im Außen, dass wir so viele bewaffnete Konflikte weltweit haben, wie noch niemals zuvor auf dem Planeten, also ungefähr 40 Stück. Können wir zählen, wenn wir uns umgucken, wo gibt es überall Auseinandersetzungen mit Waffengewalt auf der Welt? Also es heißt nicht sehr selten, dass eigentlich die heutige Zeit, die letzten zwei Jahrzehnte, irgendwann in den Geschichtsbüchern als die Zeit des Dritten Weltkrieges wohl bezeichnet werden wird, weil das ist schon erschreckend, wie viel wir dort im Außen eben an kriegerischen Handlungen einfach sehen. Aber letzten Endes ist das, was wir im Außen sehen, einfach immer ein Spiegelbild von dem, wie es im Durchschnitt der Menschheit eben auch im Inneren ausschaut. Also wären wir einfach heute eine Community auf der Welt, als Bevölkerung, die ein paar einfache Grundsätze beachten würde, nach dem Motto, ich behandle eigentlich jeden so, wie ich selbst behandelt werden möchte und bedenke einfach bei jeder meiner Handlungen, dass ich sie immer am höchsten Wohle aller orientiere, bin auch mal bereits teilen und loszulassen, anderes Gutes zu tun, ohne alles in Cent und Euro zu berechnen und ein paar Dinge eben mehr, dann wäre die Welt wohl wirklich auch ein friedlicher Ort. Aber es ist eben heute nicht so, im Außen zu beobachten und das war dann eben auch mit der Grund, irgendwann diese Bewegung auch zu starten und es gibt ja schon eine Menge Bewegungen, die das Thema Frieden sich auf die Fahne geschrieben haben und wir haben jetzt viele, viele Dinge erlebt in der Vorbereitung, aber auch während der letzten 20 Tage im Mai, als die Bewegung selbst auch stattgefunden hat weltweit und wir haben auch nicht nur schöne Dinge erlebt, also ich darf an der Stelle durchaus mal anmerken, dass die evangelische Kirche in ihrer Zeitschrift im Monat Mai einen, sagen wir mal, inhaltlich nicht so ganz falschen Artikel geschrieben hat, was die Friedensbewegung selbst angeht, aber letzten Endes dann die Friedensbewegung in ein Licht gestellt hat, dass am Ende das Ergebnis ist, also die Friedensbewegung, die für den Frieden ist, die kann man als Kirche mehr auf keinen Fall unterstützen und ruft eben zum Boykott der Friedensbewegung auf. Das zeigt natürlich ganz klar, dass immer die Institutionen im Grunde nie irgendein echtes Interesse am Frieden auf Erden eben haben und das war schon sehr erstaunlich, was da mit Verdrehung von Tatsachen, mit Lügen, mit falschen Behauptungen einfach hier seitens der Kirche in den Raum gestellt wurde. Wir haben dann auch überlegt, was machen wir jetzt eigentlich damit und haben uns dann entschieden, naja, Ignoranz ist eben auch in dem Fall mal vielleicht das Mittel der Wahl und so hat es einfach ein paar auch nicht so schöne Dinge gegeben, aber im Gegenteil, wir haben einfach immer wieder diese Sehnsucht der Menschen nach Frieden erfahren in der Resonanz und so haben sich auch unglaublich viele Friedensbewegungen eben auch gemeldet, die eben kooperieren, das mit unterstützen, genauso wie wir jetzt eben die anderen Friedensbewegungen in der Zukunft eben auch wechselseitig unterstützen und das ist eigentlich auch eine wunderbare Geschichte, die wir jetzt erzählen können, dass einfach mit einer Ausrichtung, dass wir alle gemeinsam etwas für den Frieden tun, plötzlich die ganzen Friedensarbeiter, die eben für etwas sind, nämlich für Frieden, sich jetzt alle treffen, alle irgendwie zusammenkommen und eben gemeinsam weiter am Frieden arbeiten werden und das schaut ganz gut aus, dass die Bewegung insgesamt wirklich global wird, weltweit umspannend wird und die wird eben auch so lange andauern, bis wir irgendwann das Thema Frieden auch erreicht haben. Ich möchte an der Stelle noch kurz zu mir selbst auch ein paar Worte sagen, da mich die wenigsten jetzt hier im Raum auch kennen und was mich eben auch an den Punkt gebracht hat, heute hier vor euch zu stehen und über den Friedensweg unter anderem auch zu sprechen. Also ich bin Jahrgang 63, bin verheiratet, habe eine Tochter und habe 35 Jahre auf der Seite der Finanzindustrie gearbeitet und habe irgendwann eben festgestellt, dass ich ja Teil des Problems bin. Also wie kann es sein, dass ich in einer Industrie arbeite, ohne dass es mir jetzt auch bewusst war, die Dinge eben produzieren und den Menschen eben quasi verkaufen, die nicht dem Wohle der Menschheit eben dient. Also die ganzen Altersvorsorge, Produkte und Kapitalanlagen, die da am Markt so zu finden sind, sind in der Tendenz überwiegend nicht ehrlich, mit vielen versteckten Kosten, sprich für euch Menschen, so wie es angeboten wird, funktionieren die Dinge einfach nicht. Das war dann irgendwann für mich auch eine sehr, sehr schmerzhafte Erkenntnis und nachdem ich lange gesucht habe und keine wirklich guten Produkte, die den Menschen dienen, gefunden habe, da habe ich mich dann eben entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und habe vor fünf Jahren eben begonnen, Vorträge zu halten, Grexit, Dexit, Finanzkrise und all diese Themen, Währungssystem, wo kommt Geld her, wie entsteht es, wer steckt wirklich dahinter, habe das dann im Laufe der Zeit eben auch in dem Buch nochmal zusammengetragen und entsprechend verarbeitet und darf zu dem Buch an der Stelle vielleicht sagen, es gibt eine Menge Koryphäen zum Thema Finanzsystem, zum Thema Finanzkrise, eine Menge schlaue Köpfe, die auch studiert haben, zum Teil mehrfach studiert und es gibt da auch eine Menge Bücher schon zum Thema Bargeldabschaffung, aber der Punkt ist, in all diesen Büchern, ich habe eigentlich alle gelesen, geht es eigentlich nie um Lösungen. Es wird einfach das Problem aufgezeigt, es wird vertieft und wie schlimm alles ist, aber am Ende des Tages stehen wir auch nach Lektüre von diesen gut gemeinten Büchern da und wissen eben auch nicht, was wir tun sollen. Und dann bin ich eben gefragt worden, ob ich nicht was veröffentlichen möchte und habe mich dann darauf konzentriert, auch das Thema der Lösungen sehr stark eben dort mit zu verarbeiten und das Feedback, was unter anderem kommt, ist in der Regel eigentlich immer, man versteht, das ist ja bei nicht allen Büchern so der Fall, dass man auch versteht, was da geschrieben wird und der zweite Aspekt ist einfach in der Regel auch der, dass es nicht langweilig ist. Und wenn ein Buch erscheint, das man als nicht langweilig bezeichnet und auch noch verstehen kann, dann zeigt es doch, dass es eine gute Idee war, das eben auch zu veröffentlichen. Und es sind daraus auch jede Menge Initiativen im kleinen Rahmen schon entstanden. Also es war so der erste Beitrag, lösungsorientiert hier auch die Menschheit ein bisschen aufzuklären. Ich mache das jetzt immer mehr eben mit Vorträgen, mit Workshops, wo es aber nicht mehr um die Informationen geht, was am Finanzsystem alles nicht so gut läuft oder welche Probleme wir dort eben auch vorfinden, sondern es startet jetzt eben mein nächstes Vortrag, so ein Workshop-Konzept im Juli, also nächsten Monat. Und dort geht es eben nur noch um Lösungen, um aufzuzeigen und gemeinsam mit den Menschen, die in die Vorträge kommen, Lösungen zu erarbeiten, die dann eben sofort umgesetzt werden. Da kommt es dann im zweiten Teil des Vortrags aber noch ein bisschen genauer, komme ich darauf zu sprechen. Aber ich habe dann irgendwann auch erkannt, im Prinzip sich mit dem Finanzsystem zu beschäftigen und auch immer wieder mit den Problemen sich herumzuschlagen, das ist zwar schon auch hilfreich, damit es uns bewusst wird, aber ich habe mich dann eben vor knappem Jahr entschieden, mich ausschließlich einem lösungsorientierten und auch friedvollen Weg zuzuwenden und daraus ist dann eben auch der Friedensweg als Bewegung entstanden. Wir haben den in einer Community als Idee entwickelt, im November letzten Jahres in Ebersberg auf dem Kongress mal öffentlich gemacht, haben dann die Homepage und ein paar technische Dinge vorbereitet und Ende Januar haben wir es dann eben online gestellt und sind einfach gestartet, ohne zu wissen, wo die Reise denn wirklich hinführen wird. Und mit dieser, sagen wir mal, erwartungslosen Startvoraussetzung ist doch erstaunlich, was eben auf diesem Weg alles dann passiert ist. Und über dieses Thema des Friedensweges möchte ich mich heute jetzt einfach noch ein paar Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde auch sprechen. Diese 20 Tage im Mai, die einfach ein Pilgerweg in den Frieden waren, haben einiges bewirkt, aber eben nicht nur im Außen, sondern eben auch im Innen. Und wenn man jetzt nochmal sich die Frage stellt, Jan, Friedensweg, eine Pilgerbewegung für den Frieden, warum macht das überhaupt Sinn? Und im Rückblick war uns dann ziemlich schnell klar, es gab immer schon viele sogenannte Friedensbewegungen, die oft auch gut gemeint waren, aber wirklich erreicht und bewirkt, muss man schon die Frage stellen, also Themen wie Wackersdorf und woanders, da waren teilweise 800.000 Menschen irgendwie in einem Ort und haben sich für ein Thema begeistert und haben eben auch Probleme benannt, dass es so eben nicht weitergeht, aber dennoch ist einfach relativ wenig passiert. Von den Zahlen her könnte ich jetzt jedes andere Jahr auch nehmen, aber bis 2015 war es eigentlich immer so, dass viele, viele Menschen für Themen auf der Straße waren, aber es ist im Sinne einer Lösung nicht wirklich nachhaltig etwas passiert. Und nehmen wir mal das Jahr 2003, da waren weltweit in allen Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten etwa 35 Millionen Menschen auf der Straße und dort wurde eben demonstriert, gegen irgendwas, also gegen Krieg, gegen Massentierhaltung, gegen Umweltverschmutzung, gegen was auch immer und es ist eben nicht wirklich lösungsmäßig irgendwas zu erkennen gewesen. Und der Punkt ist eben ganz einfach, wenn wir immer nur gegen etwas sind, dann erleben wir ganz einfach, dass Druck immer Gegendruck erzeugt und wir verstärken eigentlich damit den Konflikt. Das merken wir ja eigentlich auch in uns selber, wenn ich bemerke, ich müsste eigentlich mal wieder mit meinen Eltern ein klärendes Gespräch führen oder mit einem anderen Freund oder Familienmitglied und ich gehe da im Prinzip in so ein Gespräch mit einer schlechten Laune rein und bin irgendwie gegen die Situation, dann wird es in der Regel nicht besser. Und das ist einfach ein universelles Prinzip, das Druck Gegendruck erzeugt und in der Regel löst es sich eben nicht, sondern es wird eigentlich nur schlimmer mit diesem Ansatz. Und da gibt es ja auch viele große und auch weise Lehre, die das auch immer wieder uns erklärt haben und so Dinge eben wie das Nichtkampfprinzip oder gewaltfreie Kommunikation, da gibt es ja eine Menge Aspekte, die die Menschen mittlerweile schon anwenden und das sind eigentlich doch sehr zielführende Strategien, wie wir besser und friedlicher miteinander eben umgehen können. Also die erste These, die bei uns klar war, wenn wir einen Friedensweg starten, eine Friedensbewegung, dann wird die nicht gegen etwas sein, sondern eben für etwas sein. Weil es ist auch im Bereich der Atomenergie, Stichwort Fukushima oder anderen Problembereichen, ja einfach so, es macht einfach Sinn, nicht gegen Atomenergie zu sein und es macht auch keinen Sinn, gegen Umweltverschmutzung zu sein. Es macht eben viel mehr Sinn, im Sinne der Energiewende eben für andere Arten der Energie zu sein, also für die Lösung sich einzusetzen, weil Energie folgt ja immer der Aufmerksamkeit und wenn ich mit meiner Energie immer gegen ein Problem ankämpfe, dann verstärke ich einfach eher das Problem, anstatt dass ich mich mit der Lösung eben beschäftige. Also das war der erste Ansatz, dass wir eben für etwas sein wollten und ich eben gegen etwas. Und das war vielleicht sogar der Hauptaspekt, warum die Bewegung in diesen 20 Tagen im Mai auf allen möglichen Ebenen und Ländern eben so viele Menschen begeistert hat und angezogen hat und eben auch viele andere Friedensbewegungen dazu bewogen hat, den Friedensweg im Mai eben zu unterstützen. Also ich kann an der Stelle vielleicht mal ein paar aufzählen. Wir werden also in etwa 14 Tagen auf der Homepage friedensweg.org eine Seite veröffentlichen mit den ganzen Friedensbewegungen, die eben sich jetzt angeschlossen haben, mit denen wir jetzt auch an der Kooperation arbeiten und die Vernetzung in den nächsten Monaten eben auch passieren wird. Also ob das jetzt beispielsweise Yale Deckelbaum war mit der Bewegung Woman, Wake, Peace, haben es eben sehr, sehr stark jetzt befördert, den Friedensweg. Also wir kriegen angeblich jetzt auch Videoclips eben aus Israel und Palästina, wo sich eben Menschen sichtbar gemacht haben. Es gibt, glaube ich, eine Art Tauchlehrerverband aus dem Roten Meer, die haben einen Film unter Wasser gedreht über den Friedensweg und haben quasi dann in dem Video, glaube ich, den Schnorkel vom Mund genommen, haben Friedenslieder in Blub-Blub-Sprache unter Wasser eben produziert im Roten Meer. Es war beispielsweise der Verein Kinder für Weltfrieden. Es ist das Projekt Peace Crowd, der Verein für Indianische Lebensweise, die Friedensbaumstiftung, die Lebensbaum, der Verein eben, also ich könnte es noch ewig aufzählen, auch ganz große, uralte Friedensorganisationen, wie zum Beispiel die World Prayer for Peace Society, die weltweit in 190 Sprachen für den Frieden unterwegs sind seit 60 Jahren. Das ist eine Bewegung, die ursprünglich eben aus Japan stammt. Also auch ganz, ganz große Player im Bereich der Friedensarbeiter haben sich jedem angeschlossen und die Kooperation angeboten. Und jetzt ist scheinbar eine Phase eingetreten oder beginnt jetzt, dass nicht mehr jeder, der Frieden im Kopf oder im Herzen hat, da alleine vor sich irgendwo hinwurschtelt, sondern jetzt kommen wir eben wohl zusammen und gestalten Frieden und das, was wir wirklich wollen, kreieren es einfach jetzt gemeinsam. Und allein, dass das passiert ist, dass nicht mehr jede Versicherung wurstelt, berührt schon sehr. Ich meine, es gibt auch wiederum die andere Seite, also ich kann da durchaus mal verraten, dass die Bewegung der Ostermarschierer, oder wie heißen die nochmal, also es gibt ja die Ostermärsche, die ja auch für den Frieden oder zumindest gegen den Krieg unterwegs sind und die haben uns dann auch kontaktiert und die ersten beiden Fragen waren, wo seid ihr dagegen, also was ist eure Forderung und welche politischen Themen wollt ihr jetzt in die Welt bringen, also welche Forderungen habt ihr? Und dann haben wir gesagt, naja, also wir haben keinerlei Forderung, wir haben keinerlei politische Ziele, wir haben einfach nur eine Bewegung für den Frieden. Und dann war das Gespräch auch relativ schnell beendet an der Stelle, also es kam dort offiziell nichts zu einer Kooperation. Einen Tag später hat aber dann einer angerufen aus der Bewegung, der eher so diese spirituelle Ecke der Ostermarschierer eben abdeckt, ein gewisser Nadine vom Bodensee, also auch ein herausragender Wasserforscher, Filmemacher, Künstler, Liedermacher und der hat eben dann mit seinen Möglichkeiten innerhalb der Ostermarschbewegung eben auch entsprechend kooperiert. Also insofern die richtigen Menschen werden, die in Resonanz sich befinden, dann ja einfach doch angezogen. Und da bin ich schon auch gespannt, wenn wir so in vier, sechs, acht Wochen mal auch selber einen Überblick haben, also wir haben jetzt momentan noch keinerlei Überblick, was es eigentlich wirklich wild war, jetzt passiert so zum Thema Friedensweg im Mai, außer dass es unglaublich viel war und das ist eigentlich jeden Tag spannend, in die E-Mail-Accounts zu gehen. Das kommen drei, vier Postfächern, die wir haben, teilweise immer noch über 100 E-Mails pro Tag, obwohl wir am 28. Mai in München erst mal angekommen sind und in vielen anderen Städten. Also da haben wir noch einiges vor uns im Orgerteam, das alles zu sortieren und entsprechend sichtbar zu machen. Aber was wir heute eben wissen ist, dass die Bewegung tatsächlich global war. Wir waren auf jedem Kontinent irgendwo sichtbar und es sind auch aus jedem Kontinent Künstler, die sich gemeldet haben. Jetzt sind es mir nicht alle auf der CD, aber einige, die hier noch nicht veröffentlicht sind, werden dann im Kinofilm, im Dokumentarfilm, den wir jetzt produzieren im zweiten Halbjahr, im Soundtrack sich eben wiederfinden und das hätte ich ehrlich gesagt vor zwei Jahren niemals geklappt, dass sowas hier rauskommt, wenn man das vorher einer erklärt hat, bevor ich eben selbst die Idee hatte und das eben auch für möglich gehalten habe. Also da ist eben wirklich unglaublich viel passiert und ich schreibe es eben diesem Aspekt zu, den ihr hier auch auf der Leinwand seht, dass die Bewegung eben eine Bewegung ist, die für etwas ist. Und das ist eben auch ein universelles Gesetz, also Energie folgt der Aufmerksamkeit respektive, worauf du deinen Geist und deine Konstellation und deine Gedanken richtest, das ist dann eben auch sehr wahrscheinlich, dass dann irgendwann in der Welt sichtbar wird. Und da möchte ich vielleicht auch noch mit einem relativ unsinnigen Leitspruch der Friedensbewegung nochmal aufräumen. Ihr kennt ja bestimmt diesen Satz, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist aus meiner Sicht einer der unvernünftigsten Sprüche, die man überhaupt machen kann, weil es stecken zwei Botschaften drin. In dem ersten Teil, stell dir vor, es ist Krieg, stellen wir uns vor, es ist Krieg und visualisieren das und manifestieren das ja quasi geradezu. Also das ist nicht wirklich ein zielführender Ansatz meiner Meinung nach. Und nach der zweiten Teil, stell dir vor, es ist Krieg und dann eben, und keiner geht hin. Das ist im Prinzip genau dann die andere Hälfte. Heute braucht auch keiner mehr hingehen in die ganzen Kriege, weil wir Drohnenkriege haben, die passieren sowieso ohne Personal im Einsatz des Krieges, wenn man so will. Also da bitte ich einfach vielleicht ein bisschen manchmal darüber nachzudenken, über so vorgegebene Botschaften und Leitsprüche von irgendwelchen Bewegungen. Und wir haben uns einfach erlaubt, auf der Webseite zu veröffentlichen, auch von einem der Musiker auf der CD, Laios Sitas, toller Künstler auch, der hat dann den Spruch geprägt, stell dir vor, es ist Frieden und jeder macht mit. Also das ist einfach so die Umkehrung eigentlich von einer ähnlichen Botschaft, aber halt eben auch lösungsorientiert. Also geht raus mit eurer Energie, aus dem Widerstand und aus diesem Gegen etwas zu sein und geht einfach mit der Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Dinge, die ihr eben kreieren wollt, also in die Lösung. Und das mache ich mir, wenn es geht, auch täglich rund um die Uhr immer wieder bewusst, weil das ist auch wichtig, dass wir das im Alltag nicht verlieren. Und ich habe auch jetzt noch ein paar Beispiele mitgebracht, weil ich hatte eingangs ja gesagt, 2003 waren 35 Millionen Menschen gegen etwas auf der Straße, ohne große Wirkung. Und es scheint einen ganz, ganz starken Paradigmenwechsel gegeben zu haben. Irgendwo 2014, 2015 muss das passiert sein. Anders kann ich mir diese Folie hier nicht erklären. Es waren allein im Jahr 2016, was glaubt er denn, wenn 2003 35 Millionen Menschen auf der Straße waren, wie viel waren denn 2016 auf der Straße? Was schätzt er denn? Also 2003 35 Millionen, wie viel waren es 2016 im letzten Jahr? 50 Millionen? Wer bietet mehr? Weniger? Ja, es waren etwas über 200 Millionen im letzten Jahr. Gut, nicht verwunderlich, dass man meint, es war nicht so viel, weil in den Medien ist nicht so viel erkennbar berichtet worden. Darum verstehe ich das erstmal, die Einschätzung. Aber in der Tat waren es im letzten Jahr deutlich über 200 Millionen Menschen auf den Straßen weltweit. Und oberkrass, das muss man jetzt so formulieren, ist es einfach, die waren nicht gegen etwas auf der Straße, sondern die waren für etwas auf der Straße. Und das ist dieser Paradigmenwechsel. Also als Beispiel, wir haben in Indien im letzten Jahr etwa 150 Millionen Menschen auf den Straßen gesehen, auf dem Land, überall in den Großstädten. Das war also im Frühjahr und in den Sommer hinein in Indien. Und die haben einfach für ein besseres Sozialsystem sich eingesetzt. Also einfach Dinge zu verbessern mit Vorschlägen, was man anders machen kann. Letzten Endes dann eben auch hier, von euch aus gesehen, links unten waren dann ja auch nach den schlimmen Vorfällen, wo es ja auch Frauen viel Leid und Gewalt angetan wurde, eben immer wieder auch in Indien. Ihr wisst, worauf ich gerade anspiele, ist es dann so, dass die Frauen in Indien nicht auf der Straße sind, nach dem Motto gegen etwas und hängt die Vergewaltiger jetzt alle auf oder schneit ihnen die Eier ab, sondern sie sind auf der Straße für ein gewaltfreies Indien. Also auch da eine Umkehr hat stattgefunden im Denken, in der Energie, in der Ausrichtung, nicht mehr gegen etwas nach dem Rache-Prinzip, sondern eben lösungsorientiert für etwas. Und so könnt ihr jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele aufzählen. Es waren in Russland beispielsweise 15 Millionen für Frieden auf der Welt, speziell auch für eine Befriedung von dem westlichen Europa und Russland auf der Straße. 15 Millionen, also auch hier in den Mainstream-Medien leider Gottes wieder keinerlei Berichte. Und so war es dann eben auch nicht verwunderlich, dass über die Friedensbewegung dann eher die alternativen Medien bisher berichtet haben, unter anderem auch Klar TV, wo jetzt nochmal ein Rückblick gedreht wird, der dann auch in ein paar Wochen wieder kommt. Und ganz erstaunlich war, dass der erste Nachrichtenbeitrag bei Klar TV, die ja eine Reichweite haben, in 40 Ländern in 38 Sprachen, war dieser Nachrichtenbeitrag über den Friedensweg unter den Top 5, also der meistgesehenen Beiträge ever. Und das scheint doch ein Hinweis zu sein, wenn alleine bei Klar TV Millionen diesen Beitrag sehen, dass die Menschen durchaus Interesse am Frieden haben. Nämlich am Frieden, den wir kreieren können, wenn wir für etwas sind. Und so war es eben auch bei den anderen Bildern, die ihr hier eben seht, ob das jetzt eben Standing Rock war, wo es um diese Wasserproblematik mit dem Trinkwasser der Indianer geht, wo diese Ölpiplein durchgebaut wurde. Die sind gewaltfrei geblieben, die haben nichts zerstört, nichts kaputt gemacht, die waren einfach für sauberes Trinkwasser. Jetzt muss man zwar anerkennen, die haben erstmal die Pipeline irgendwann doch weiter gebaut, aufgrund wirtschaftlicher und politischer Interessen. Aber es hat keinen Toten gegeben, keinen Sachschaden, keinen Verletzten, kein gar nichts. Es ist alles friedlich geblieben. Und vor allen Dingen ist dann am 27. Januar etwas passiert. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Wir haben an dem Tag Friedensgeneratoren gebaut, mit Plasma-Technologie nach Kesche. Und haben plötzlich gemerkt, gegen 17 Uhr, jetzt machen wir irgendwie, meditieren wir mal für den Frieden. Haben sie in den Kreis gestellt, um 17 Uhr. Und es war genau dort der Tag, wo auch die Indianer Standing Rock eine Meditation und Gebet für den Frieden gemacht haben. Es ist völlig synchron gelaufen, wir wussten es aber nicht. Und am nächsten Tag gehen wir dann ins Internet und gucken mal so ein bisschen durch. Und dann war zu lesen und auch zu sehen, dass am nächsten Tag eine große Vergebungszeremonie stattgefunden hat zwischen den Kriegsveteranern der Indianerkriege, nämlich der Nachfahren. Das war der Sohn des obersten Befehlshabers dieser Armeen eben vor dem obersten Sprecher der Häuptlinge gekniet. Und es ist zu einer echten Vergebung aus dem Herzen gekommen. Und da haben wir gedacht, also wenn die sich das vergeben können, was da passiert ist, dann soll es uns doch bitte schön im westlich zivilisierten Europa auch möglichst einmal eine Bewegung und ein Signal für den Frieden auf die Reise zu bringen. Ja, und ich habe auch innerlich gejubelt, so wie du das jetzt auch mir gerade zeigst. Und das ist eben genau der Weg. Und ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele aufziehen. Also es ist auch so, in der Ukraine, da waren Hunderttausende unterwegs für den Frieden. Die wurden auch vom Militär bedroht, die wurden beleidigt, die Tomaten sind geflogen auf die Friedenspilger, aber die sind gewaltfrei geblieben, haben dich nicht provozieren lassen. Die haben die Hauptstadt in Kiew abgeriegelt. Plötzlich haben die Soldaten aber die Knarren in die Wiese geschmissen und sind einfach mitmarschiert in die Hauptstadt rein. Also haben sich den Pilgern angeschlossen und plötzlich waren die Barrikaden wieder weg oder wurden irgendwie umgangen. Und die Regierung war völlig hilflos in Kiew. Und es war auch ein ganz, ganz starkes Signal vom Volk in der Ukraine. Die wollen alles andere als Krieg. Die wollen nämlich einfach nur Frieden. Endlich wieder. Und deshalb ist es mir auch besonders wichtig, noch zu erwähnen, dass ja auch die Friedensfahrer Deutschland-Russland von der Bewegung von Professor Rainer Rothfuss mit der Truschpa-Friedensfahrt haben den Friedensweg auch sehr, sehr prominent und sehr stark unterstützt. Und der Rainer Rothfuss hat mich jetzt auch eingeladen, nach Berlin zu kommen, dort ein paar Worte auch zu sprechen, wenn die eben losfahren, wieder diesmal auf fünf Routen mit über 1.000 Fahrern Richtung Russland und dort auch diese deutsch-russische Freundschaft wieder stärken und so eben auch einen Beitrag zum Frieden leisten. Also so kommen wir jetzt eben als Friedensbewegungen wirklich zusammen und können gemeinsam das große Ziel des Friedens, denke ich, sehr realistisch auch schaffen, kann man dadurch sagen. Also realisieren im Sinne von manifestieren. Und es ist auch sehr, sehr erstaunlich, dass so mittlerweile erfolgreiche Künstler wie Jel Deckelbaum mit der Bewegung Women Make Peace und dem Lied Prayers for the Mothers schon vor dem Friedensweg die offizielle Kooperation angeboten haben. Wir dürfen das Lied jetzt auf Deutsch einspielen und auf der nächsten CD oder in einem Musikvideo irgendwie online stellen. Also auch da vernetzt es sich eben immer mehr und die haben jetzt auch ein paar Konzerte in Deutschland und da ist immer wieder auch ein Vertreter von uns mit eingeladen und dort eben auch gemeinsam mit zu unterstützen. Und also jetzt höre ich aber auch auf mit diesen Themen, weil das werdet ihr dann im Internet sehen und in den nächsten Newsletern eben auch dann aktuell immer wieder erfahren. Ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, es scheint deshalb auch so eine große Veranlanz zu erfahren, die Friedensbewegung, weil irgendwie ist dieser Paradigmenwechsel jetzt da. Der ist längst geschehen, der ist auch ganz deutlich sichtbar. Sonst wären nicht letztes Jahr über 200 Millionen Menschen für eine gute Sache auf der Straße irgendwo gewesen. Und die Idee war dann, dass der Friedensweg als billiger Bewegung stattfindet. Und vielleicht war auch das was, was der evangelischen Kirche nicht so gefallen hat, weil pilgern dürfen scheinbar nur die Christen nach gewisser Lehrmeinung. Aber wir sehen es ja einfach anders als Menschen. Wir fragen auch nicht mehr. Wir machen es eben einfach. Und das ist vielleicht überhaupt ein Prinzip, dass wir künftig die regionalen Lösungen, die eben für etwas sind, also für Lebensmittelautarkie, für gute Energiearbeit, für gute Heilarbeit, wir sollten nicht mehr so viel fragen, ob wir es dürfen. Wir spüren im Herzen ja ganz genau, ob es für die Menschen gut ist oder nicht. Wenn wir spüren, es ist für uns Menschen gut, dann sollten wir es eben einfach machen. Immer mit der Ausrichtung, zum Wohle aller. Und um eben möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, auf dem Friedensweg im Mai sich zu beteiligen, war die Idee eben nicht nur zu Fuß und zu Lande, sondern eben auch in der Wasser. Also auf dem Wasser dachten wir, es war jetzt aber auch unter Wasser, wie wir mitbekommen haben, und eben auch in der Luft. Und es war dann leider so, dass die Kunstflieger von Josef aus dem Allgäu die Genehmigung nicht bekommen hatten. Die wollten eben auch mit 20 Kunstfliegern sich wieder auf den Weg machen, aber aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage, Terrorlage, bla bla bla, haben die es eben nicht genehmigt bekommen. Aber die sind jetzt schon dabei, für das nächste Jahr sich eine Route zu überlegen und das jetzt schon zu beantragen, damit es im nächsten Jahr eben dann auch mit Flugzeugen eben funktioniert. Aber es ist ansonsten alles passiert. Also die Menschen waren auf dem Friedensweg unterwegs und sind gepilgert, also mit Booten, mit Pferden, mit Fahrrädern, mit Ultra-Leichtflugzeugen, unter Wasser, auf dem Wasser, mit Fahrrädern, mit Tandems, mit Rollerblades, zu Fuß natürlich, mit Rollstühlen, also Handicapped People waren in Hessen unterwegs. Vier Tage sind die über 100 Kilometer, haben die also durch Hessen mit dem Rollstuhl sich aufgemacht und waren dann auch bei der Schlusskundgebung im Frankfurter Main eben mit dabei. Das war das Projekt Nikos Farm. das vielleicht der eine oder andere kennt. Also es gab da auch eine Möglichkeit, für alle sich eben zu beteiligen und auch viele ältere Menschen haben gesagt, Mensch, endlich etwas, wo ich mich auch beteiligen kann. Ich kann eben nicht zu Fuß da irgendwie wo mitgehen, aber wir haben einfach gesagt, macht doch einfach jeden Tag um 21 Uhr eine kurze Friedensmeditation von ein paar Minuten oder denkt einfach nur mal an Frieden oder macht euer Friedensfeuer für euch zu Hause symbolisch. und wir haben unglaublich viel Post und auch E-Mails bekommen. Endlich kann ich auch mal irgendwo dabei sein. Also 80-jährige Damen aus Berlin, die verzweifelt berichtet haben, ich habe schon alle Politiker angeschrieben, wir wollen doch Frieden, mach doch bitte endlich was. Und da war nie irgendeine Reaktion dann auf irgendeine kommunikativen Art und Weise von der Politik in Richtung dieser älteren Frau beispielsweise aus Berlin. und ich habe die dann nach dem Brief auch sofort angerufen. Also wir konnten da nicht telefonieren, weil die war nur noch am Schluchzen vor lauter Rührung und war einfach total berührt und die hat eben während dieser 20 Tage jeden Tag ihren Kachelofen angefeuert, hat sich hingesetzt und hat einfach an Frieden gedacht und die hat da emotional einiges dazu beigetragen und solche Geschichten habe ich viele, viele gehört, sehr zahlreich, wo Menschen immer wieder berichtet haben, ich konnte zwar nicht mit, weil, 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 gut, wir haben alle unsere Gründe im Alltag, aber es waren unglaublich viele immer im Herzen verbunden, die täglich gebetet haben, teilweise eine Frau, die hat zwölf Stunden jeden Tag an Friedensweg gedacht, Energie hingeschickt, Herz geöffnet, gebetet, meditiert, Freunde angerufen, ja, warum seid ihr jetzt nicht unterwegs, also wirklich aktiv sich eingebracht und das hätte ich ehrlich gesagt in der Form an Resonanz vorher nicht so gedacht, aber, wenn man ergebnisoffen an manche Dinge herangeht, dann passiert einfach auch unglaublich viel und das ist echt total berührend, dass wir einfach das jetzt schon so erlebt haben an Resonanz. Was habe ich konkret in der Zeit gemacht, also ich bin am 9. Mai nach einer kurzen Kundgebung in Passau, die der Bayerische Rundfunk dann auch gefilmt hat, losmarschiert oder losgepilgert mit ein paar Menschen Richtung München via Salzburg, Untersberg und Chiemsee war so die geplante Route und wir haben uns da eben an den Pilgerwegen wie den Jakobswegen entsprechend orientiert und ich war dann auch immer sehr gespannt, ja, wer kommt jetzt überhaupt alles dorthin und, also wir sind ein bisschen anders gelaufen, wie es da drauf steht, aber so ist der offizielle Jakobsweg, das findet ihr auch so im Internet, da haben wir uns halt ein bisschen daran orientiert und auf einmal so eine halbe Stunde vor Beginn, wir waren da mit so einem großen Banner und Lautsprechern und alles eben vorbereitet, hat sich die Fußgängerzone eben doch gefüllt in Passau und dann kam eben die Susi aus Flensburg, die Elisabeth aus Wien, dann kamen Leute aus Paderborn, aus Stuttgart, aus Amberg, aus der Schweiz, also es war irgendwie total bunt gemischt, war natürlich auch welche aus Passau da, eben auch aus München und der näheren Umgebung, aber so sind wir eben mit, ich weiß gar nicht mehr, knappen 20 Menschen am Dienstagnachmittag dann gegen 14 Uhr losgegangen in Passau Richtung Scherding, am Innen lang, also auch wunderbare Natur, am Anfang noch ein bisschen viel nervöses Geplauder untereinander, aber das hat sich sehr schnell eingeschwungen auf eine friedliche Energie miteinander und wir haben dann am Abend um 19 Uhr uns eingefunden an dem Platz des Friedensfeuers in der Nähe von Scherding, und haben dann eben auch wie an weit über tausend anderen Plätzen auch dann um 20 Uhr ein Friedensfeuer entzündet und haben ab 20 Uhr, 30, 21 Uhr dann auch getrommelt für den Frieden und ich sage nochmal, wir wissen, nur die Feuer, von denen wir wissen am 9. Mai, die für den Frieden entzündet wurden, waren über tausend weltweit und wir haben momentan keine Ahnung, wie viel es weltweit noch waren, von denen wir gar nichts wissen und ich vermute, das waren deutlich mehr als wir die, von denen wir wissen. Also was wir eben kreiert haben mit diesem Friedensfeuern, mit dem Trommeln, ist einfach eine Kohärenz, eine zeitgleiche Ausrichtung von einer gewissen Energie, von einer gewissen Absicht und das wurde uns mittlerweile auch von Wissenschaftlern bestätigt, die das gemessen haben, also die Erfinder vom Time Waver haben ihre Systeme eben angeschaltet, haben sich aktiv eingebracht, dann haben wir von Rory McCarty und seinem Team vom Hard-Matter-Institut aus den USA eben über den Kontakt mit Dieter Bröers erste Rückmeldungen und warten jetzt noch auf die Daten von der University of Princeton in Amerika, eben mit den ersten Messdaten vom Global Coherence-Projekt. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt, also auch das Team von Dr. Joe Dispenza hat sich jetzt eben vernetzt mit der Friedensmeditation am Mittwoch, das hat also diese Angel, die dort die Meditationen aussucht, eben kreiert, weil zufälligerweise in meiner Gruppe die Sekretärin vom Amanda über eine Woche mitgegangen ist und die war dann eben so geflasht von dem Thema Frieden, dass die jetzt eben dafür gesorgt hat, dass sich auch das jetzt beginnt zu vernetzen, also mal schauen, was da alles noch so sich kreiert und welche Kreise der Friedensweg in Zukunft eben noch ziehen wird. Und so sind wir dann eben weitergezogen, in unserem Fall eben am Inn entlang und kamen dann eben auch wieder am Untersberg vorbei, wo wir ja am 8. April gemeinsam getönt haben mit etwa 500, 540 Menschen, da gibt es auch ein Video dazu mittlerweile auf YouTube und Töner, ich weiß nicht, wer es noch nicht kennt, aber die meisten können ja was damit anfangen, also mit den Vokalen A, O, U und so weiter wird einfach in der eigenen Schwingung aus dem Herzen ein Ton erzeugt und so entsteht einfach ein Klangteppich, wenn viele Menschen das gleichzeitig tun und dort haben wir dann schon am 8. April, also vier Wochen vor Beginn des Friedensweges selbst, ein Energiefeld kreiert, wir haben das Herzchakra der Erde aktiviert, den Untersberg und dieses Feld ist heute immer noch spürbar und auch aufgrund der Zeitphänomene, die es am Untersberg ergibt, wirkt das, was wir dort kreiert haben, sowohl in der damaligen Gegenwart, in der Vergangenheit und sogar auch in der Zukunft und die Alpenschamanen, mit denen wir so sprechen und mit anderen bestätigen das eben auch entsprechend und das sind dann eben auch Dinge im Nachgang passiert, die wir so erst auch vor kurzem erfahren haben, also in der Nacht vom 8. April auf den 9. April haben also dann, nachdem wir dort getönt hatten, am Untersberg haben Schamanen in Mexiko und Mönche in Tibet eine Vision bekommen in der darauffolgenden Nacht, sie müssen an den Untersberg kommen und dort gewisse Dinge tun. Das haben die auch gemacht, die haben sich dann am 5. Mai dort getroffen in der Kirche, neben dem Marienheilgarten am Untersberg, wo wir getönt haben und dann kam zufällig der Herbert Schmatzberger dazu, also der Hüter des Platzes, man könnte auch sagen, das ist der Pfarrer, aber er sagt selber, er ist kein Pfarrer, sondern eher ein Lichtarbeiter und Hüter des Kraftplatzes am Marienplatz, also ganz erstaunlich, was sich dann doch in gewissen Aspekten der Kirche auch tut. Der hat dann die Mönche aus Tibet und den Schamanen in Mexiko eben getroffen in der Kirche und hat gesagt, was macht ihr da? Und dann haben die irgendwas von Erwecken der Wächter des Friedens erzählt, wir haben so einen Traum gehabt und mussten einfach hierher kommen an Untersberg und dann hat der Herbert gesagt, dann zeige ich euch was und dann ist er eben mit denen rübergegangen an diesen Stern der Liebe, der im Marienheilgarten in so acht eben drin liegt und dann hat es der Pfarrer mit den Schamanen und den Mönchen eben die Friedenswächter erweckt, die dort geschlummert haben, also auf einer Art Energieebene und das ist unglaublich, was da letzten Endes eigentlich passiert und wahrscheinlich wissen wir auch da nicht wirklich alles, was da im Feld eben so entsteht und irgendwie scheint aber das alles wie so Zahnräder ineinander zu greifen in einer Art synchronen Abfolge, wo ein Ereignis auf das nächste eben aufbaut und dieses Tönen, was man dann am Untersberger gemacht hat am 8. April war dann ja auch an zahlreichen Seen am 21. Mai wurde das wieder umgesetzt in die Realität und am stärksten wohl am Chiemsee, wo die liebe Ursula, die heute auch hier ist mit ihrem Arger-Team Unfassbares geleistet hat in der Organisation, die haben, ich weiß nicht, mit der Polizei Meetings gehabt, mit dem Landratsamt rumgemacht, mit irgendwelchen Schlossereiverwaltungen, ob man das auch am Chiemsee machen darf, mit Bürgermeistern sich zutexten lassen und auch intern immer wieder spannende Prozesse erlebt, also es gibt einfach immer wieder tolle und liebe Menschen, die einfach sich voll in so eine Aufgabe einbringen und ich muss da auch noch mal öffentlich sagen, Uzi, also vielen, vielen Dank, war super klasse, was ihr gemacht habt und das kam dann wirklich dazu, es waren, glaube ich, irgendwie sechs bis sieben Menschen am Chiemsee, was wir bisher wissen, vielleicht waren es mehr, die an 22 Orten um den Chiemsee herum zeitgleich getönt haben, wir haben auch ein Filmteam vom Regionalfernsehen Rosenheim da gehabt, die haben es gefilmt, das wurde auch schon gesendet, den Link veröffentlichen wir jetzt demnächst nochmal mit dem Newsletter, auch da wurde eben quasi angedockt an dieses kohärente Energiefeld vom Untersberg am 8. April, dann wieder verbunden in der Zeitachse am 21. Mai vom Chiemsee aus und zeitgleich eben auch an vielen anderen Seen, beispielsweise der Ammersee, waren auch 200 Menschen an einem Fleck und ich bin immer wieder erstaunt, von woher diese ganzen Videoclips und Bilder, was da alles passiert ist, dann plötzlich eintrudeln und ich muss fast täglich meinen IT-Administrator anrufen, verdoppelt die Kapazität der E-Mail-Postfächer, wenn eben dann Clips reinkommen, das nimmt nämlich auch Speicherplatz, also es ist unglaublich viel passiert und auch wenn ich jetzt noch keinen ganz konkreten Überblick habe, in sechs, acht Wochen werden wir den haben und dann können wir eben auch der Weltöffentlichkeit zeigen, dass es eine große Bewegung ist, mit einer großen Wirkung, die eben wirklich global war. Also das war dann eben so diese 20 Tage, bis wir dann eben auch in München angekommen sind und haben dort am 27. Mai und am 28. Mai zwei große Events noch kreiert, hier seht ihr jetzt noch ein paar Bilder vom Tönen am Untersberg und auch hier rechts oben der ältere Herr mit Sonnenbrille, das ist der Pfarrer von Großgemeinen, der Hüter des Kraftplatzes im Marienheilgarten, also der hat jetzt nicht so viel vom Pfarrer, hat auch einen Sticker vom Friedensweg dran, coole Sonnenbrille und die Worte, die dieser Pfarrer quasi da gesprochen hat für den Friedensweg, die waren ja wirklich sehr motivierend und das aus so im Mund zu hören, das tut schon auch wirklich sehr, sehr gut, also es war eine richtig schöne Geschichte und dann kam es eben, um jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, am 27. Mai dazu, dass die Weltklasse-Pianistin Ottavia Maceratini eine Stunde, ja da hat es auch einen ins Herz getroffen an dem Tag, das war wirklich sehr berührend, was die da mit ihren 30 Jahren auf dem Niveau eines Lang Lang am Odeonsplatz hingelegt hat, also nicht wenige Zuhörer haben gesagt, das war klassische Musik am Piano auf Weltklasse-Niveau und auch dieses Material kriegen wir und bauen es in Dokumentarfilmen entsprechend eben mit ein, also es war einfach ein Geschenk an dem Friedensweg, um ein Signal eben auch in die Öffentlichkeit zu bringen und das hat natürlich schon eine Wirkung, wenn jetzt auch immer mehr sehr bekannte Künstler sich für den Friedensweg einbringen nach dem Motto, ja wir Künstler wollen auch Frieden, also worauf warten wir noch, wir machen es einfach und am 28. Mai dann eben die Friedensversammlung in München am Marienplatz, wo sich auch der Kreuzungspunkt der beiden Haupt-Leylines auf der Welt eben befinden, also ein starker Energiepunkt, also auf der geomantischen Ebene können wir durchaus sagen, das wissen wir heute ja, ist München ja die Motorachse für ganz Europa, also wie bei jedem Motor, müsst ihr euch das so vorstellen, es gibt in der Mitte ja quasi die Hauptantriebsachse, die dreht sich ja das Beispiel rechts rum und alle anderen Zahnräder in diesem Motor drehen sich dann eben links rum und so drehen sich energetisch eben alle anderen Städte und Plätze in ganz Europa um München herum, also München ist die Energieantriebsachse für alle Plätze in Europa und ich habe vorher auch überlegt, ja, wo machen wir denn eigentlich die Friedensversammlung in München und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist alles irgendwie schwierig, egal was ich probiere, es klappt nicht so und dann habe ich mit dem Kreisverwaltungsreferat telefoniert und habe einfach gefragt, wo können wir denn hier in München was für einen Frieden machen und dann hat er in seinem Büchlein geblättert und meinte, der Tamarienplatz wäre frei und da habe ich gesagt, naja gut, wenn der frei ist, ich habe es mir innerlich die andere auch, dann machen wir das so und dann habe ich das entsprechend angemeldet und dann ist es auch gelaufen wie ein Heimspiel, also vom Aufbau der Technik mit Audio mäßig und was da eben auch alles war, ich dachte immer, ich wäre jetzt irgendwann auch mal nervös und aufgeregt, aber das lief wirklich wie ein Heimspiel, das ganze Ding und wir waren dann beim Singen der Friedenslieder ungefähr 1500 Menschen in der Spitze, das konnte man von der Bühne aus oben ganz gut eben zählen, haben verschiedenste Redebeiträge noch gemacht und haben dann eben auch noch mal eine Friedensmeditation für den Weltfrieden gemacht, haben energetisch da einiges noch mal kreieren können und haben dann auch noch eine halbe Stunde getönt, also auch da noch mal diese Energiebrücke auf der Schwingungsebene Untersberg, Großgmein, 8.4., 21. Mai am Chiemsee und anderen Seen getönt, 28. Mai am Marienplatz getönt, also wir haben diese Brücken quasi miteinander verbunden und es war ein wunderschönes Ende jetzt erstmal von diesen 20 Tagen im Mai und nachdem der Druck der Öffentlichkeit so groß war, habe ich bereits auf der Bühne öffentlich zugesagt, jetzt geht es erst richtig los, also der Friedensweg wird eigentlich nicht mehr aufhören, solange bis der Weltfrieden erreicht ist und man kann durchaus sagen, das scheint so mit anderen Leuten zusammen, scheint das irgendwo meine Lebensaufgabe jetzt zu sein oder geworden zu sein und ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, irgendwas anders zu tun, als eben für den Frieden zu arbeiten und das eben lösungsorientiert und das ist eben auch mit das Wichtige, dass es jetzt nicht einfach aufgehört hat, sondern wenn wir uns die bisherigen Ergebnisse eben anschauen, dann ist es eben einfach mal erreicht worden, dass einfach unzählige Menschen in diesen 20 Tagen für den Frieden unterwegs waren. Weiterhin ist es einfach so, dass also messbar bereits von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten ein Anstieg des Bewusstseins der Menschen weiter gemessen wurde, also man kann salopp formuliert sagen, wir haben wissenschaftlich bewiesen, dass wir eine Friedensenergie manifestiert und verankert haben in diesen 20 Tagen. Das war die Vision, die wir vorher hatten und die Wissenschaftler bestätigen jetzt nach und nach, dass wir das tatsächlich kreiert haben und auf dem Weg sind natürlich Freundschaften, Brökte und dergleichen entstanden, wenn Menschen miteinander in einer guten Absicht ein Stück Weg gehen, dann passiert natürlich auch was Positives. Ja und wir haben dann eben auch, was ich vorher schon erwähnt hatte an dem Schlusswochenende in München am Odehrens und Marienplatz auch einiges an Botschaften entsprechend aussenden können. Was natürlich wichtig ist, was ich gerade gesagt habe, es hat eben jetzt nicht geendet am 28. Mai, sondern wollte jetzt noch mal ganz kurz die nächsten wesentlichen Schritte präsentieren, was jetzt vor allen Dingen in den nächsten drei bis sechs Monaten die Hauptaufgaben eben sind. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir jetzt einfach in die aktive Vernetzung gehen, der ganzen Friedensbewegungen, die jetzt eben sich angeboten haben zur Kooperation herauszufinden, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und wie können wir jetzt das Thema Frieden zu wirklich einer ganz großen, massiven, globalen Bewegung eben machen, die eben nicht mehr zu übersehen ist und die eben auch große Ergebnisse erreichen kann. Und dazu ist beispielsweise nötig, dass wir unsere Internetplattform völlig neu aufsetzen, die werden wir wahrscheinlich wechseln müssen, um eben auch da nicht mehr mit so, ja gut, ich kann sie aussprechen, mit so nicht unbedingt friedvoll orientierten Lösungen wie Facebook weiterarbeiten zu müssen, sondern es gibt da eben auch bessere und andere offenere Systeme, wo eben es nicht um wirtschaftliche Themen oder Werbung und Geldverdienen geht und dort wird dann auch die Vernetzung besser passieren. Also wir haben schon erkannt, dass wir den 20 Tagen im Malen vorher durchaus Optimierungsbedarf haben im Bereich der Organisation und Vernetzung, aber man muss einfach auch sehen, wir machen das ehrenamtlich und finanzieren das mit privatem Geld, verdienen selbst keinen einzigen Cent am Friedensweg, sondern das geht, wenn was übrig bleibt, einschließlich irgendwelchen Spenden oder Verkaufserlösen aus der CD, ausschließlich in Projekte, die gemeinnützig sind, die wohltätig sind oder decken eben Kosten vom Friedensweg und wir haben beispielsweise jetzt eines vereinbart, als Lösung für einen speziellen Menschen, wir haben auf der CD auch ein Lied, das heißt How Amazing von der Formation Wallbreakers aus Afrika, die sind dort Superstars, kann man sagen, also in einigen Ländern, Togo und dergleichen und der Kopf dieser Formation, der nennt sich Elom und dieser Elom, der hat vor fünf Jahren praktisch einen Unfall gehabt am Vorabend, bevor er am nächsten Tag seine internationale Musikkarriere mit einer Tournee gestartet hätte, weil er eben vor dem Durchbruch war, musste er bis dato auch ein bisschen auf dem Bau arbeiten, hat einfach Solarpaneele für eine Firma montiert und ist im letzten Job vor seiner Musikkarriere fünf Meter vom Dach gefallen, ist dann sofort halbseitig gelähmt gewesen, den wollten die im Krankenhaus das linke Beine und linken Arm amputieren, das wollte er nicht und er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann mit Armen und mit Beinen und dann wurde er eben quasi aus dem Krankenhaus rausgeschmissen, gut, der konnte kaum Deutsch und dann hat man ihn irgendeinen Wisch unterschreiben lassen auf eigene Verantwortung und dann war er eben außerhalb des Krankenhauses, so schnell konnte er gar nicht gucken und ich habe den jetzt, sagen wir heute Samstag, Gesundheit, Freitag vor einer Woche besucht in München und habe erlebt, dass der natürlich seine Musikkarriere nicht mehr verfolgt hat und er hat einfach dennoch das Lied einfach geschenkt für die Friedens-CD, also einfach als Beitrag aus Afrika, will nichts dafür und hat sich Kraft seines Willens und seines Glaubens aus dem Rollstuhl zurückgekämpft, er kann den linken Arm wieder bewegen, fast vollständig mit dem linken Bein, da braucht er noch eine Krücke und ist auch geschient und ich habe mich dann sehr, sehr lange mit ihm unterhalten, habe ihm dann ein Buch von mir geschenkt, ihr kennst, du bist das Placebo und habe mit ihm vereinbart, weil er ist jetzt eine Zeit nach Afrika geflogen, in die Heimat, wenn er wiederkommt, dann werde ich ihn durch diesen Heilungsprozess persönlich begleiten, ihn auf jedes Seminar der Heilung mitnehmen, wenn er dort eben hingeht und werde ihn einfach unterstützen, dass er diesen Weg der Heilung gehen kann, das kostet auch ein bisschen Geld, insofern da hinten steht auch eine Spendenbox für den Friedensweg, wer kann, mag und möchte, freuen wir uns und eben aus Überschüssen der CD finanzieren wir eben dann solche Ideen, um Menschen einfach eben auch zu helfen und das ist einfach wunderbar, wenn man auch wieder was zurückgeben kann von Dingen, die man sonst so vielleicht gar nicht weiß und ich wünsche den Elam oder bürgerlich, wie er heißt, Jerome jetzt einfach weiterhin eine gute Zeit, weiter gute Besserung, also Jerome, wo auch immer du jetzt bist, gib nicht auf, komm wieder, sobald du kannst und dann machen wir den Weg deiner Heilung, wenn du magst, einfach gemeinsam. Also das sind so Geschichten, die berühren dann einfach doch sehr und inspirieren einfach auch sehr auf dem eigenen Weg, diesen Weg eben weiterzugehen und jetzt ist es einfach die Aufgabe, das was wir erreicht haben, sichtbar zu machen, auch in den Medien sichtbar zu machen, es waren bisher ja eben überwiegend die alternativen Medien, die über den Friedensweg berichtet haben, wobei auch, sagen wir mal, der Bayerische Rundfunk jetzt eine Sendung produziert hat, die demnächst im Hauptprogramm in der ARD im ersten zur besten Sendezeit auch kommt über die Friedensbewegung. Ich hoffe, dass es eine andere Qualität hat wie der Zeitungsbericht der Evangelischen Kirche, also schauen wir mal, was dabei rauskommt, da steigt die Spannung fast jeden Tag, aber eben auch die übliche Tagespresse wie jetzt der Badereichen Haller Kurier und die ganzen quasi wie das Oberbayerische Volksblatt oder eben die Salzburger Nachrichten vergleichbar, die haben jetzt schon viele, viele kleine Artikel positiv über den Friedensweg eben veröffentlicht, also diese Wahrnehmung, die beginnt jetzt jedenfalls, wir hoffen, dass wir in vier, sechs Wochen auch eine Art Pressemappe veröffentlichen können zum freien Download auf der Homepage im PDF-Format, um einfach sichtbar zu machen, wie groß die Bewegung eben auch wirklich schon ist. Und mit das Schönste ist eigentlich, dass die Friedensfeste, die Friedensfeuer, die gehen einfach weiter, also die haben jetzt nicht aufgehört am 28. Mai, sondern egal, ob das jetzt Friedensmeditationen sind, die finden jeden Tag statt, permanent, also das hört nicht mehr auf, das ist auch eine Einladung und eine Aufforderung oder fast eine Bitte an euch alle, also wenn euch das Thema Frieden durchaus interessiert, macht einfach mit, jeder ist willkommen, wenn er mit einer guten Absicht kommt und es gibt eben weiterhin Friedensfeste, die einfach letzten Endes die Bewegung weitertragen werden, es gibt weiterhin Friedensfeuer, es gibt das Projekt Peace Crowd und 100.000 Trommeln für den Frieden, das werden wir weiter vorantreiben, also ich habe gedacht, jetzt nochmal 28. Mai wird es ein bisschen ruhiger, ist nicht unbedingt der Fall, sondern jeden Tag werden zwischen vier und zehn Events weiterhin für den Frieden auf der Webseite bei uns eingestellt, also es geht eben einfach weiter, deshalb vielleicht so der Hinweis, Friedensfeste dauern an und das ist eigentlich auch wunderbar, das so zu erleben, dass die Menschen einfach weitermachen und wie gesagt, wir sind alle Botschafter des Friedens, also tragt es einfach weiter und je mehr wir für den Frieden begeistern können, desto größer ist die Wirkung und am Ende des Tages bin ich mir sicher, haben wir die Wende zum Guten, für die Welt längst schon geschafft auf der energetischen Ebene und physisch müssen wir eben noch ein bisschen in der 3D-Realität eben noch weiterarbeiten. Also wir arbeiten jetzt sehr intensiv an der Filmproduktion des Kino- und Dokumentarfilms zum Friedensweg, das war die Idee, den Weihnachten in die Kinos zu kriegen, davon haben wir uns verabschiedet, also wir brauchen einfach mehr Zeit, aber im Lauf des nächsten Jahres 2018 wird dieser Dokumentarfilm international in den Kinos erscheinen und da haben sich jetzt Gott sei Dank schon viele Drehbuchautoren und andere Leute gemeldet, die uns da eben auch unterstützen. Wir werden wahrscheinlich da auch ein Crowdfunding-Projekt oder was aufsetzen, weil einen Film zu produzieren ist nicht so einfach zu stemmen, da reicht das Geld nicht, dass ich für einen Hausverkauf jetzt auf der Seite habe, also wir haben einfach unser Haus verkauft, um einfach eine gute Arbeit zu tun mit dem Geld, das wir daraus generiert haben, aber für so ein Ding reicht es einfach dann trotzdem nicht aus, aber mal schauen, wie wir es hinkriegen. Dann wird es noch in diesem Jahr drei größere Events für die Friedensbewegung geben, es wird also am 9. September, so wie es momentan ausschaut, im Künstlerhaus in München am Lehmbachplatz ein Friedenskonzert geben, also ein Benefizkonzert für die Friedensbewegung, es wird ein weiteres Konzert geben am 30.09. mit dem Künstlerseum und noch zwei anderen bekannten Künstlern, die einfach auch Beiträge auf der CD veröffentlicht haben, die wir uns einfach geschenkt haben und es wird am 31. Dezember, also quasi Silvester, Neujahr, wird es eine große Silvesterparty friedvoller Art geben, also da gibt es kein Feuerwerk, es gibt auch kein Alkohol, aber es wird eine richtig coole Friedensfeier eben werden und die wird wohl mit etwa 3.000 bis 5.000 Menschen in Rosenheim stattfinden, das hören wir gerade in der logistischen Planung, vielleicht magst du auch uns, Walter da ein bisschen begleiten, unterstützen, da werden wir ja noch darüber reden, vielleicht heute oder morgen, also da werden wir einfach immer wieder große energetische Energiepunkte und Signale eben setzen, damit die Aufmerksamkeit der Menschen eben auf dieser Friedensbewegung bleibt, also ich kriege schon mit, hinten wird auch schon heftig über Friedensarbeit diskutiert, wie ich der Lautstärke entnehmen kann, also super, dass ihr euch schon konkrete Ideen überlegt, wie ihr den Friedensweg weiter unterstützen könnt, aber ihr könnt auch gerne nach vorne kommen und euch friedfertig und friedvoll hier einbringen. Also die Friedensbewegung geht ganz einfach weiter, jetzt muss ich mal kurz einen Uhrcheck machen, also die erste Stunde, länger als geplant mit dem Thema Friedensweg, haben wir jetzt so weit miteinander geteilt und möchte euch jetzt einfach fragen, gibt es denn zum Friedensweg selbst Fragen, habt ihr da Punkte oder Ideen oder Beiträge, dann jetzt einfach mal gerne her damit und dann geht es quasi auch schon nahtlos weiter in den nächsten Vortrag zum Thema Bargeldabschaffung, Finanzsystem und so weiter, aber eben sehr lösungsorientiert und ansonsten gibt es Informationen zum Friedensweg auf friedensweg.org oder auf peace-trail.com Wir haben die Webseite momentan in acht oder neun Sprachen, auch in Russisch oder Türkisch, Indonesisch und dergleichen, also ein bisschen mehrsprachig sind wir schon, aber da braucht man natürlich auch sehr viel Unterstützung noch mit Volunteers von Übersetzern und wer sich einfach einbringen will, kann uns momentan Kontakten auf der Webseite, Events eintragen, man kann uns über Facebook Dinge zukommen lassen, per E-Mail, also kommt da einfach auf uns zu und an der Stelle nochmal, gibt es denn Fragen zum Friedensweg oder irgendwelche Punkte, dann bitte her damit, ich bin ganz ohrend, würde sie gerne besprechen, eure Fragen. Ja, also Orga-Team ausbauen, das ist ein guter Punkt, wir sind momentan so ein inneres Team, also quasi um München rum von gut zehn Leuten und haben im deutschen Sprachraum Österreich, Schweiz und dem Rest von Deutschland nochmal weitere zehn Menschen, die uns bisher sehr aktiv unterstützt haben, da ist es bei einigen so zwei, drei, vier Leuten so, dass die momentan einfach nicht mehr die Zeit haben, das so aktiv zu machen, wie im ersten Halbjahr, also wir sind, wenn man es mal auf Zahlen runterbricht, momentan 15 Menschen, die sich intensiv hier bemühen, die Dinge weiter voranzutreiben und die Herausforderung ist jetzt im zweiten Halbjahr, dass wir allein im deutschen Sprachraum das etwa für Deutschland, Schweiz, Österreich auf eine Größenordnung von 50 bis 80 Menschen eben ausbauen und da ist in jedem Bereich irgendwo was erforderlich, sei es aus dem Bereich quasi Film, Fernseh, Ton, Audio, Technik, natürlich aber auch Backoffice aufbauen, mal auch eine Telefonnummer aufschalten, wo jemand erreichbar ist, jemand, der Newsletter, die rausgehen, auch in die anderen Sprachen übersetzt, also auch Vernetzung mit anderen Organisationen, das ist ganz wichtig, beispielsweise jetzt eben auch so konkrete Projektleiter für irgendein Event eben auch zu bekommen, die sich dann eben mit dem Team einfach um einen Event kümmern, beispielsweise eine Agentur, die Erfahrung hat mit Events wie Silvesterfeiern, die wissen, wo man Musiktechnik herkriegt, die einfach wissen, wie das Catering funktioniert, also einfach ein Orga-Team von vier, fünf Menschen, die sich auf so einen Event eben konzentrieren und da haben wir hier eben einiges vor, aber eben Botschafter beispielsweise, die eben auch irgendwo hingehen, auf Messen selber Vordere gemacht, sei es bei Freunden im Wohnzimmer über Frieden, über Aktivitäten sprechen, also das sind jetzt so ein paar Stichpunkte, wo wir eben Unterstützung brauchen für das Orga-Team, manchmal sind es einfach auch Coaches, die wir brauchen, um einfach auch mal kommunikative Prozesse, die irgendwo feststecken, wieder in Fluss zu bringen, ganz stark braucht man auch Unterstützung im Bereich von, sagen wir mal, Grafikdesign, Texte mal redigieren oder auch dann das Layout zu machen, auch unsere IT-Seite braucht da durchaus mal Unterstützung in der Programmierung, wo man mal Zugangscodes rausgibt, um einfach Texte hochzuladen, die in eine andere Sprache rein gehören, das dauert eben auch manchmal Zeit oder einfach Rechnerzeit mit der Internetleitung, also sehr, sehr vielfältig, also eigentlich fast alles, was man sonst auch braucht, wenn man eine Firma aufbaut, nur dass das halt eine Firma ist, die kein Geld verdient, die keine Gewinnerzielungsabsicht hat, die eigentlich nur die Gewinnerzielungsabsicht von Frieden hat und was steht da drauf? Habe ich noch oder? Okay, danke, also in fünf Minuten wäre ich dann mit dem Part erst mal zu Ende, aber das wäre jetzt eben eine Frage, Orga-Team, und das gilt sowohl jetzt zunächst eben für den deutschsprachigen Raum und dann braucht man natürlich für die wichtigsten Sprachen und wichtigsten Länder mal eben auch mindestens ein Zwei-Mann-Frau-Team oder gar ein Orga-Team, beispielsweise für Italien, für Frankreich und dort eben auch für die nächsten Monate und Jahre entsprechend im Orga-Team entsprechend vernetzt zu sein und dann auch vor Ort eben die Dinge organisieren. Da haben wir uns dieses Jahr von Deutschland aus sehr, sehr schwer getan. Dennoch ist es unglaublich, dass Menschen weltweit gepilgert sind in diesen 20 Tagen, also es sind auf Hawaii Menschen für den Frieden unterwegs gewesen, auf allen kanadischen Inseln, auf dem afrikanischen Kontinent, in Ghana, in Togo, in Australien, in Indien, in Japan, selbst in Washington, in New York, in Montana, in Nordamerika, in Kanada, in Europa, überall sowieso. Momentan läuft auch einer von Holland nach Portugal, also es ist immer noch viel irgendwo in Bewegung und da es eben nicht eine einheitliche Weltsprache gibt, sondern eben 190, mindestens verschiedene, wenn man von Dialekten mal absieht, brauchen wir einfach da im Bereich Übersetzer, Botschafter für andere Länder, Organisatoren, da braucht man noch jede Menge und das werden wir dann eben auch über verschiedene Newsletter- Formate und andere Kommunikationskanäle, die nächste Zeit dann auch regelmäßig kommunizieren. Ja, gute Frage, Walter, danke dir. Gibt es denn andere Fragen noch zum Friedensweg, bevor ich dann das Wort erstmal an den Klaus wieder dann abgebe? Test jetzt, aber du kannst da ruhig noch weitermachen, Andreas Körper möchte gleich nochmal ein bisschen noch Musik machen und noch was erzählen und dann haben wir ja um 20 Uhr das Podium und da bist du dann auch nochmal drauf, bitte. Vor den Drahtcheck, geh mal hin, der ist ja doch, der ist ja schon da. Ja, und ihr habt die Okidok-Zuhörer, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, dann jetzt bitte in den Warteraum, ich habe euch auch schon eingeschrieben, ihr habt jetzt die Möglichkeit hier auch gehört zu werden, aber da kommt im Moment nichts. Wie gesagt, Aaron, du bist da, Burkhard, Dezentrali, Elvira und auch ein Wolfstrang. Einfach in den Warteraum reingehen, gibt es eine Frage, Anregungen, 21, 22, 23 und ich übergebe dir das Mikrofon wieder, Erich, für deinen Abschluss dann, okay? Ja, okay, prima, dann würde ich sagen, vielleicht mag einfach erstmal musiziert werden und dann wird im Prinzip so zum Thema, Klaus, vielleicht noch eine Frage, wird dann zum Thema Bargeld, Finanzen, gibt es dann gar kein Zeitfenster mehr, also ich muss da nicht drüber reden oder wird dann noch ein weiteres Referat von mir erwartet? Klaus? Zum Thema Bargeld, Finanzen, gibt es da noch einen weiteren Part oder sollen wir erstmal Musik machen oder wie schaut die zeitliche Planung aus? Wir sind jetzt gerade am umdisponieren, wir können auch das Podium jetzt gleich vorverlegen, dann haben wir es gescheiter und dann kommt auch der Marcel, dann brauchen wir nicht so lange warten noch, können wir auch machen, mach du deinen Abschluss und dann würde ich sagen, dann kommt der Andreas, wenn er noch mag, für ein, zwei Lieder und dann gehen wir ins Podium rüber. Okay, ja dann übernehme ich das einfach mal ganz kurz nochmal und moderiere dann meinen Part soweit ab und ja, bin dann ganz froh, dass ich den ersten Vortrag zum Thema Frieden gemacht habe, weil über Geld, Finanzen und Bargeld habt ihr ja schon jede Menge auch in den letzten Tagen gehört, auch wenn ich es ein bisschen anders angehe als die Kollegen der Referenten und eher lösungsorientiert das Ganze sehe, aber ich werde auf meiner Webseite jetzt eine Menge Vorträge und Workshops auch zum Thema Bargeld, Finanzen, regionale Lösungen anbieten. Lieber Erich, ich kann schon was komprimieren, klar. Das Bargeld würde ich gerne hören, aber die Zeit von dem ist, glaube ich, jetzt ein zweiter Vortrag. Du bist eingeladen bei mir auf Okidok darüber, eine intensive Sendung zu machen. Okay, cool, machen wir es so. Und ist ein wichtiges Thema, wissen wir eh, aber vielleicht magst du ja auch gleich noch heute am Abend, vielleicht wie das Podium sich entwickelt, passt es ja auch so ein bisschen mit ein. Also ich sage vielleicht nur ganz kurz zwei, drei Sätze und dann ist die Musik wieder dran, weil ich bin ja auch wieder erweckt worden von der Musik auf dem Pilgerweg. Erlebnis, das erzähle ich jetzt nicht, weil es wird so lange dauern. Also ich möchte zum Thema Friedensweg einfach nur euch alle nochmal einladen. Jeder und jede ist willkommen, sich einfach zu beteiligen, was zu tun. Wichtig ist einfach nur, keine Gewalt, keine Dogmen, lasst die Religionen zu Hause, lasst die politischen Einstellungen zu Hause. Also das ist eigentlich das einzige Credo. Lass uns auf das konzentrieren, was uns alle vereint, nämlich das Thema Frieden, das mit einer besten Absicht zum Wohle aller und schon haben wir eine Menge Spaß auch noch miteinander und brauchen nicht mehr rumdiskutieren und gegen irgendwas sein, sondern lass uns zu dem Frieden einfach für etwas sein. Und zum Thema Bargeld, Finanzen machen wir dann soweit erstmal nicht wirklich etwas und möchte einfach zum Thema Frieden mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich einfach wirklich, wenn wir uns in Frieden wiedersehen. Also du bist dran, viel Spaß mit dem nächsten wunderbaren Lied, das wir gleich hören werden von dir. Danke dir, wirklich schönen Dank, dass du hier uns diesen Vortrag, Erich, gegeben hast. Ja, der Frieden ist eines für mich und für die Menschen, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen. Schön, dass du den Mut hast, auch darüber zu reden, dein Leben zu leben, sollten eigentlich andere Menschen auch mehr tun und sich nicht nur ablenken lassen. Ich sage ganz lieben Dank und dein Buch, das werden wir dann bei Okidog noch mal vorstellen. Ja, sind wir herzlich dann. Dankeschön, alles Liebe und noch einen schönen Abend. Ich hoffe, du bist dann auch dabei. Heute Abend die Bandbreite bei uns und deswegen machen wir das Podium ein bisschen leer. Jetzt Andreas Görber, komm hoch und jetzt mal ein bisschen abschalten nochmal und freut mich, Andreas. Schön, dass du da bist. Danke. Gerne. Juhu. Das erste Okidog Medium Festival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bammers Oldtimer Fein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Veranstaltet in Rudolf Bammers Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020